Ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana Im letzten Part haben wir ja schon die zwei Drachen besiegt und ich denke mal, da kommt noch ein dritter und Es ist eine Prüfung und wir müssen doch nochmal die Prüfung machen, denn Wir müssen das letzte Mal Das Den Mana Samen, einen Mana Samen, bleibt uns nur aus, müssen uns das letzte Mal nochmal das Schwert mit einem Mana Samen Synchronieren, so sagt man das, aber dieser Mana Samen ist diesmal ein bisschen größer, denn der ist schon ausgewachsen und das ist halt der große Mana Baum Und deswegen sind wir hier, um überhaupt auf die Festung zu kommen, die in der Luft schwebte, im letzten Part habt ihr die gesehen Es geht hier sehr, es geht bald, es geht hier sehr actionreich schon weiter gleich und danach geht es auch noch actionreich weiter Aber wir gucken mal kurz, es sieht so aus, wenn wir dahinter kommen, aber jetzt fragen wir erstmal so, was passiert Du musst weiterziehen, soll ich das Spiel schon speichern? Ne, 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 bleib, na, lass, lass, komm, lass einfach Wer braucht schon speichern? So, wie gesagt, wir laufen jetzt erstmal So weit es geht durch Warte, warte mal, warte mal, warte mal Ich möchte gern einmal, einmal Diesen Geist töten Denn ich glaube, den brauchen wir für unsere Galerie Bin mir gerade nicht sicher, ob wir ihn getötet haben, ich glaube nicht, ne Ja, es haben wir getötet, Stufe 55 erreichen Abi und ich, ist das nicht toll, ist das nicht super Ich finde das sehr nice Das war gerade ja genug Level erreicht, ne Wir laufen hier durch, ich möchte hier nicht bleiben Möchte hier nicht bleiben Ich möchte hier nicht bleiben, denn Der Wald ist doch sehr gefährlich Und wir haben noch so ein bisschen vor uns Ich glaube, wir müssen hier nach links, ne Oder? Müssten wir hier nach links oder weiter geradeaus hoch? Ne, gucken mal Ich bin versteinert, ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ich glaube, wir können sogar Game Over gehen, wenn wir alle versteinert sind Aber wir sollten noch kurz alle heilen Alter, ist das euer Ernst? Weißt du was? Und genau deswegen, meine ich, durchlaufen Genau deswegen sagte ich das Das ist genau der Grund Weil wir hier einfach Einfach Game Over geht Einfach so richtig sinnbefreit, wisst ihr? Beim Original war es wenigstens so, dass wir uns noch Alle Heilen konnten In der Zeit, wo einer stirbt Aber hier ist das nicht mehr so der Fall Deswegen Analysieren wir den Gegner einmal Ich glaube Wir müssen Feuer auf ihn knallen, aber Erstmal einmal kurz eine Analyse durchführen Ja, da haut ganz schön Der ist ganz schön Blitzig drauf Ja Erzähl Erde Okay, das wird doch eine Schlammbombe Gut, dann Nehmen wir mal Rocky Also Den Gnom Nehmen mal die Schlammbombe auf Die Dings Und ballern und zwar Die Donnergigas mit Erde voll Mit Schlamm Wir beschmutzen ihn Er kann froh sein, dass Leute sich um ihn kümmern Dass Leute Ich möchte ja keine Dass Leute schmutzige Gedanken mit ihm haben Dann kann er sich doch mal freuen Eigentlich Aber das ist doch nicht wahr Ähm Hat sie nicht einen Zauberbund, den sie die Leute wieder beleben kann Ich guck mal ganz kurz Ne Moment Oder war das Triade Ja, es war Triade Gut Wir haben nämlich kein Englisch-Fake mehr Deswegen müssen wir es so machen So Belebt und Erde Erdrutscht Gut, dass wir diesen Zauber haben, ne Und er ist besiegt Der Donnergigas Leg dich hin, alter Sack Du hast hier die Ruhe verdient Ja Du hast hier die Ruhe wirklich verdient Ich meine, wie oft haben wir dich schon kalt gemacht Immer in anderen Formen Naja Naja Gut Reichen wir ein Level ab Oder beziehungsweise Was für einen Orb kriegen wir Wir kriegen Ne Ein Schwertopf Hab ich mir schon gedacht Hab ich mir schon gedacht So, jetzt haben wir hier den 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 Donnergigas besiegen Jetzt müsste gleich noch ein Ein weiterer Drache Komplizierter ist mal so ein Schrein, ne Der uns sagt Ey Da ist ein Drache Mach ihn kalt Lol Töte ihn Okay Ja Genauso wird es sein Denke ich mir zumindest Ja Tatsächlich So, was sagt der Was sagt der Schrein Du musst den Drachenwald auf linken Seite besiegen Damit du weiterziehen kannst Ne Ich will den Spielstand nicht speichern Speichern Oder was zu deppen Ne Also Jeder Ähm Ich würde gerne einmal Alle mal rüberheilen Denn Achtrag ist gleich Down Oh Gott Durch, durch Ne, komm So, natürlich werden wir hier Gut empfangen Und ich denke mal Das ist ein Obwiews Das ist ein Eis Drache Und wir müssen ihn Mit Feuerkuchen Bombardieren Werden wir sehen Elektroschock Warte, müsste er auch Erde sein, ne Ich dachte, der Eis Ja, ich bin lange her Ob ich das letzte Mal Gespielt habe Ähm Dann war es auch Die Schlammbombe Ja, ich müsste auch Die Schlammbombe gewesen sein Die auch der Schaden macht Erst mal kurz einmal Alle rüberheilen So Ja Ist die Schlammbombe Beziehungsweise der Erdrutsch Wir haben auch gleich keine MP mehr Aber wir haben ja noch Ach Gott Ich hätte ja noch einmal Magie entziehen sollen Jetzt muss ich die Walnuss doch Tatsächlich an Achtrag benutzen Weil wir hätten Wir haben ja die Magie Zug, Zug, Zauber Und damit hätten wir ja Gut Magie ziehen können Aus dem Gegner raus Aber Jetzt machen wir erstmal Den Blauen Drachen fertig Und der ist Tower Down Und damit erreicht Achtrag Aus Stufe 55 Besiege den Blauen Drachen Schön Nice Da wird mir ja auch schön Meine Trophäe belohnt Die hänge ich mir an der Wand Hänge ich mir an der Wand Schwöre ich euch Die hänge Bedrohung ich mir aus Und hänge ich mir an der Wand Ich meine Hallo, ich habe einen Blauen Drachen besiegt Ja, also Damit muss man angeben können, ne Damit muss man angeben können Kann ich hier Frauen einladen Die Die denken sich so Alter Der hat nicht nur die Switch hier liegen Die Nintendo Switch Der hat er auch Eine PS4 Und er hat diesen Blauen Drachen besiegt Warte mal mehr Ey, ich muss aufpassen Dass die Leute nicht direkt mit mir In die Kiste steigen wollen, ne Ja Ich würde gerne erstmal Einfach nur durch Einfach nur durch Die töten Die töten ein richtig hart unfair Gut Wir haben alle Drachen besiegt Die muss weiterziehen Sollte er den Spielstand speichern Nein Wie schon oft gesagt No Wo sind wir Seht Sieht aus wie eine PLNG-Datei Die da einfach rumsteht Ähm Das muss der Mana-Baum sein Wir haben es geschafft Jetzt muss nur das Mana-Schwert reaktivieren Und dann Nichts weg hier Das fühlt sich beinahe an wie ein Traum Haben wir es wirklich bis hierher geschafft? Ja Natürlich Du hast es geschafft, Miku Ich bin sehr froh Dir begegnet zu sein Und dir natürlich auch, Ashrac Oh, die Musik, ne So toll Was soll ich sagen Ohne mich wäre die doch aufgeschmissen gewesen Es ist so viel passiert Und wir haben so viel erlebt In dieser kurzen Zeit Ohne euch hätte ich das alles niemals geschafft Danke Bleibt noch eine letzte Sache zu erledigen Wenn der Mana-Baum dem Schwert seine Kraft wiedergeben kann Hat die Festung keine Chance gegen uns Da stand da gerade das Jongel Der Strebfehler Jetzt habe ich das vergessen Was da doch zuletzt stand Oh oh, was passiert jetzt? Ihr Narren Ergötzt euch am Anblick der Mana-Festung und ihrer Kraft Feuer! Nein Miku, Abi, Hilfe! Oh, wir dürfen, was schon mal wiederholen Hier sind... Ich habe keine Angst, dass... Warum? Ich habe hier schon gekommen. Oh, der Sanatos! Das ist zu schrecklich. Wie wird der Welt... Wie wird der Rilakk? Was ist das? Das ist die Manna-Manna-Manna-Manna-Manna-Manna-Manna. Das ist ein Wettbewerb. ZDF-1 Ich bin der Herr von der Kossmura. Ich bin der Kossmura. Was? Also, dass ich den kleinen Stuhl gesehen habe, war das Kind? Ihr Vater, Selin, war der Kirche der Kirche. Und ich war... ... die Frau. Ihr Vater war das Kind. Ich bin Manna. 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 Manna.